Hallo ihr Quirlinge! In dieser Episode von Pathfinder Wrath of the Righteous kümmern sich Nokori und Greybor gemeinsam um die Auftraggeber von Nokoris Attentäter. Und das sind alte Bekannte. Los geht's! Ein versuchtes und gescheitertes Attentat auf die Ritterkommandantin führen selbige in Begleitung von Greybor hier zur trockenen Kreuzung. Eine unscheinbare Stelle in einem eingetrockneten Flussbett, wo sich angeblich der Ort der Geldübergabe der Auftraggeber des Assassinen an selbigen befinden soll. Auf Greybor's anraten hin ist Nokori nur mit ihm hier hingegangen und ich als Spieler habe dabei ein ganz schlechtes Gefühl. Aber Nokori will daran glauben, dass sie das auch alleine hinbekommt. Hoffen wir's, denn sonst ist der Kreuzzug doch noch kurz vor seinem hoffentlichen Finale gescheitert. Das wollen wir ja nicht. Also, betreten! Nur wir beide sollten von hier aus weitergehen, Kommandantin. Achso. Hä? Wo sind die Tierchen? Steht da hinten? Warum auch immer. Also, was sagt er? Nur wir beide sollten von hier aus weitergehen, Kommandantin. Wenn wir als Gruppe kommen, verschrecken wir sie. Okay, also hätten wir die anderen auch hier lassen können, um im Fall eines Kampfes doch noch einzuschreiten. Hier trockene Kreuzung ist nicht gerade groß. Ah ja. Naja, wir können ja mal ready standen, genau. Und hier ein paar Sachen machen. Schatten fangen. Kommt die Rindenhaut. Aivu auch. Ja. Ach komm, wir rasten doch sowieso demnächst. Es geht nicht bei dir, ja. Das Tierwachstum. Nutzt es überhaupt was? Schatten fangen? Ich bin gerade uns, ich habe das überhaupt was bringt. Ach, wo sehe ich denn jetzt hier? Dachte also, ich bin auch doch hier. Alles klar. Ja. Ja gut, ich könnte noch mehr drauf zaubern, aber ich weiß ja nicht, was kommt. Lass uns überraschen. Wir müssen bestimmt... Ach, diese Maus schon wieder? Hier irgendwo in die Mitte? Ja, wo sind sie denn, die Assassinösen? Jemand kommt. Einer von uns, glaube ich. Wie einer von euch. Nein, ist es nicht. Die Kommandantin ist da. Zu den Waffen! Ihr werdet bezahlen. Wer bist denn du? Horzala! Das ist das erste Mal, dass du Horzala persönlich gegenüberstehst. Sie sieht dich überrascht an. Missmut ist ihr ins Gesicht geschrieben. Horzala, das war doch die, die wir in Alushinira gesehen haben. War das nicht so eine versklavte, unterdrückte Dämonentochter von Baphomet, glaube ich? Die in dieser Assassinen-Gilde dort auch irgendwie angestellt war oder irgendwie verknechtet wurde? Das war doch, glaube ich, Horzala. Das war die Schwester von Hepzamira. Aber Hepzamira haben wir ja schon endgültig entsorgt. Hm. Also, man kennt sich. Man kennt sich und mag sich nicht. Was habt ihr hier verloren? Fragt Horzala? Wen fragt sie das? Nukuri? Nukuri ist doch jetzt hier die... Ach so, ja, klar. Es ist ja... Die haben hier ja auf die Geldübergabe gewartet. Die haben ja auf den Attentäter gewartet, nicht auf Nukuri. Stimmt. Deswegen, was habt ihr hier verloren? Völlig richtig. Oh. Ihr habt mit jemand anderem gerechnet. Dann hättet ihr vielleicht eine kompetentere Person anheuern sollen. Dieser erbärmliche Narr hatte nicht die geringste Chance. Und Horzala. Ihr habt recht. Ich brauche die Hilfe eines Profis. Wenn ihr diesen Sterblichen tötet, erhaltet ihr einen Platz in meiner Gilde. Zum Abyss mit euch. Ich stehe zu meinem Wort. Wer auf Greyborgs aufrichtige Loyalität zählen will, muss ein gleichermaßen fähiger Mörder sein, der seine zynische Sicht auf das Leben teilt, in dem das Schicksal anderer Menschen wenig wert ist, der aber Gold und Freiheit schätzt. Ich fühlte ja geraten, dass du zu deinem Wort stehst. Wir haben Greybor damals ja auch fürstlich bezahlt, dafür, dass er uns hier als Gefährte sich anschließt. Und Jotz, wer ist denn Jotz? Ein Inkubus offensichtlich. Jotz steht an der Seite. Er räuspert sich und wirkt sichtlich genervt, dass er nicht Teil der Konversation ist. Euer Tod wird mir... Und Horzala. Schweigt still, Jotz. Ich habe euch nicht zu sprechen erlaubt. Horzala starrt Jotz wütend an. Dieser knickt unter ihrem feurigen Blick ein. War Horzala die Anführerin dieser Allusionierer, Dämonen und Friends, äh, Assassinen-Gilde? Oder haben wir ihr zufälligerweise zum Aufstieg geholfen, den wir irgendjemanden ums Eck gebracht haben? Das weiß ich nicht mehr so genau. Also Jotz kennen wir, glaube ich, nicht. Er darf nicht sprechen. Also eigentlich hatten wir mit Horzala tatsächlich bisher kein Problem. Völlig richtig. Ich dachte, wir sind gut miteinander ausgekommen. Warum wünscht ihr meinen Tod herbei? Horzala hebt siegessicher ihre Stimme. Vater wird einsehen müssen, dass er falsch lag. Endlich werde ich seine Gunst gewinnen, wenn ich ihm euren Kopf präsentiere. Ach so, sie ist der Gunst ihres Vaters aufgestiegen, nachdem wir ihre Schwester, ne, erledigt haben. Ich werde wieder meinen Platz als die Mächtigste von Baphomets Töchtern einnehmen. Und dieses halbsterbliche Gör, Vorlesch, wird sich vor mir verbeugen. Es ist Dämonen immer sehr wichtig, dass man sich vor ihnen verbeugt. Warum auch immer. Ach, das haben schon so viele in anderen Worten ähnlich formuliert. Jotz, kennen wir Jotz? Ich weiß eigentlich nicht mehr genau, wer Jotz ist. Jotz, warum seid ihr hier? Trachtet ihr mir wirklich nach dem Leben? Es ist nicht so, als hätte er eine Wahl gehabt. Horzala prahlt hämisch. Dieser Schwachkopf gehört mir und seine Gilde auch. Ach, er war hier der Anführer der Gilde. Ach so. Nachdem ihr Hepzamira getötet habt, gab mir Baphomet meine Macht zurück. Ich habe meinen rechtmäßigen Posten zurückerlangt. Und Jotz, der sich einst mein Meister nannte, wurde zu meinem Besitz. Sie knackt mit ihren Knöcheln, woraufhin der ehemalige Anführer der Assassinen Gilde vor Angst etc. Naja, so war das. Also, Jotz hatte sie hier nämlich unter der Fuchtel, weil sie nicht so wirklich Herr ihrer Kräfte war. Aber wir haben eine Dynamik in ihre Beziehung gebracht. Sagen wir so. Jotz versucht verzweifelt, Gesicht zu wahren. Also, sein Gesicht zu wahren. Er zwingt ein Lächeln auf seine Lippen. Verzeiht. Doch euer Kopfgeld war schlicht zu verlockend. Ich konnte nicht widerstehen. Ihr mögt Hortzala nicht. Warum entledigen wir uns ihrer nicht gemeinsam? Hahaha. Kurz leuchtet Interesse in den Augen von Jotz auf. Doch der Funke erlischt schnell wieder. Er wirft Hortzala einen reumüdigen Blick zu und schüttelt den Kopf. Ich setze nie auf die Seite der Verlierer. Das tust du aber gerade. Es war sehr mutig von euch, persönlich zu erscheinen. Ich applaudiere eurem Mut. Und Hortzala. Ich wollte euren Untergang persönlich miterleben. Hortzala fährt dich wütend an. Glaubt ihr etwa, ich fürchte mich vor euch? Ha! Ihr habt keine Ahnung, wie mächtig ich bin. Hepzamira war nichts im Vergleich zu mir. Und mein Vater hat mich endlich von diesen verfluchten Siegeln befreit. Ich bin nicht länger gebunden. Ich bin Baphomets Tochter. Das war Hepzamira auch. Die stärkste seiner Nachkommen. Das hat Hepzamira auch behauptet. Ich habe meinen rechtmäßigen Platz wieder eingenommen. Das hat Hepzamira auch immer gesagt. Und jetzt werde ich euch vernichten. Eine weitere Parallel zu Hepzamira. Mensch! Die Schwestern sind sich aber wirklich ähnlich. Nicht nur in ihrem walkürigen Äußeren. Grebor, wie stehen unsere Überlebenschancen? Hm. Der Assassine, der mit eurer Ermordung beauftragt war, verstand wenig von seinem Fach. Ein reiner Amateur. Ich bezweifle, dass der Rest von Horzalas Gefolgsleuten gefährlicher ist. Das wird leichter als Kätzchen zu erdrosseln, Kommandantin. Bitte was? Dieses sprachliche Bild habe ich aber wirklich überhört. Was soll Schattenfangen da denken? Dem sträubt sich gleich die Mähne. Horzalas Augen funkeln mit Hass. Sie wirft dem Zwerg einen Blick zu und knirscht wütend mit den Zähnen. Na dann? Angreifen. Ihr habt die falsche Bestie in die Falle gelockt. Und Grebor, diese Amateure sind viel zu selbstverliebt und arrogant. Es wird Zeit, dass sie einem echten Profi bei der Arbeit zusehen. Süße Träume miteinander. Ja. Jotz, also eigentlich... Naja, gut. Ach du meine Güte, ich habe ja Grebor ewig nicht gespielt. Was weiß ich, was er so alles drauf hat? Der ist ja gar nicht... Seht ihr hier, der ist ja gar nicht so eingerichtet. Es tut mir leid. Was haben wir denn hier? Meisterattentäter. Ja, das ist doch schön hier. Meisterattentäter, das werden wir doch gleich mal benutzen. Also ich glaube... Ach, da ist noch ein Inkubus. Was ist das hier drüben? Eigentlich ein Succubus. Assassine. Ein Succubus ist gefährlich. Da kommt Grebor aber nicht hin. Da kommt er aber da hin. Komm, hier. Ach, das geht nicht. Volle Aktion. Schade. Dann... Hacke halt einfach mal drauf. Oh ja, das hat doch was bewirkt, oder? Wir können auch was anderes machen. Zeit studieren. Oder das hier. Beute. Machst du halt Jots zu deiner Beute. Meinetwegen. So, mehr können wir ja nicht mehr tun. Na dann. Oh. Greyball. Da haben wir aber echt ein bisschen mehr erwartet. Okay, ich kann Greyball nicht gut spielen. Ach, der ist auch komplett tot. Das kann nicht wahr sein. Und, äh, ja. Er ist auch nicht gut ausgerüstet gewesen. Ne, gebe ich zu. Also es ist doch ein bisschen gefährlicher, als Greyball uns hier, ähm, erzählen wollte. Aber wir haben ja noch die Batschenmietze. Naja, irgendwann muss ich ja den dort entgegenstellen. Aber RK-40 ist ja auch durchaus nicht so wenig. RK-37. RK-24. Ja gut, der wird ja gleich umgehauen. Eins, zwei. So. Genau. So. Ja. Müssen wir warten, was passiert. Okay, stark. So. Dann haben wir hier, ähm, Aivu, die natürlich auch dabei ist und auch helfen möchte. Mit einer Odem-Waffe. David ist der nämlich gleich weg. Ah, Jotz hat sich da rausgewunden. Also Jotz ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Und Horzala hat, äh, halben Schaden bekommen. Der Inkubus hat's gar nicht erlebt. Gut. So, danke, Aivu. Nokuri. Okay. Ja, also die, die beiden sind also Horz und Horz, äh, äh, ne, Horz. Horzala und, äh, Jotz. Das sind hier die beiden harten Nüsse. Der Rest ist, ist Beifang. Au. Oh, die hauen mächtig zu. So, zweimal hier. Schwierige Entscheidung. Schattenfang hat Blindkämpfler. Kann gegen den Unsichtbaren auch ganz gut agieren. Auf der anderen Seite ist Horzala jetzt auch schon angezählter. Nieder ist relativ irrelevant. Ich überlege trotzdem, ob wir uns vielleicht mit Nokuri irgendwas gönnen. Wir holen mal ein paar Ads dazu, oder? Ja, machen wir. Na ja, immerhin einer. Ich kann, glaube ich, nicht mehr holen. Na, wie auch immer. So. Okuri am Leben bleiben. Na, ist das ein Befehl? Ach, da kommt der Rest. Okay, hab ich fast schon gewohnt. Oh. So. Schattenfang kann ja ganz gut tanken, sollte man meinen. Also, Horzala hält das nicht lange aus. Aivu. Aivu. Wir können Greybor wiederholen. Mächtiges Magieband könnten wir auch machen. Adunadin. Adunadin. Aber da ist Aivu nicht so ganz gut drin. Ich glaube, wir gehen einfach hier auf Nummer sicher und sorgen einfach dafür, mit Aivu, dass hier keiner umkippt, von denen, die nicht umkippen dürfen. Nokuri geht's gerade am schlechtesten. Wir machen doch mal eine Heilung auf Nokuri. Warum nicht? So. Da ist auch die Konstitution wieder da. Nokuri hat keinen Konstitutionsschaden mehr. Nö. Gut, danke, Aivu. Und ja, da können wir eigentlich relativ gelassen abwarten, was hier so alles noch passieren wird. Oh. Ja, Greybor ist tot. Ach, Greybor darf nicht sterben. Oh. Das ist ja wohl doof. Das sagt mir das Spiel jetzt. Na gut, da muss ich nochmal neu anfangen. Ihr seht, das geht ja nicht. Also, alles zurück auf Anfang und angreifen. Und Greybor darf nicht fallen. Alles klar. Wenn man mir das rechtzeitig sagt, dann komme ich da auch damit klar. Vielleicht machen wir mal ein bisschen was anderes. Wir gucken mal in die Azata-Trick-Kiste von Nokuri, was wir da noch so drauf hätten. Fangen wir mal mit den schlimmen Sachen an. Eine Sturzflut. 6, nee, 6 Punkte Wuchtschaden. Verlangsamt, anfällig gegen Wuchtschaden. Oh, das wäre doch gar nicht schlecht. Revolte gibt Schallschaden. Aber es geht auf alle Kreaturen. Das wollen wir ja nicht. Regenbogenpfeiler. Massenpersonen festhalten. Hätte auch was. Das habe ich gerade gemacht. Undrehtbares Band, dass wir ein bisschen immun gegen Geisteseffekte sind und ein bisschen Schadensreduzierung haben, weil wir haben ja einen Sukkubus hier. Oh, der macht Blindheit. Oh, komm, machen wir mal so die Welle. Auf die drei? Auf die? Die müssen das kriegen. Schlag mit dir! Ja. Alle von den Füßen gerissen. Sehr gut. Jetzt würde man gerne einen Wolljefe daneben stehen haben mit ganz vielen Angriffswürfen. Aber das war ja schon mal gar nicht schlecht. Danke. Der muss erst mal wieder aufstehen. Kommt dran, macht sie unsichtbar, dieser Drecksack. Wie machen wir denn das jetzt? Vielleicht machen wir das immer anders. Ähm, Greybor. Greybor kann siebenmal angreifen auf Jots. Äh, mach das. Ja, ja, ist nicht so gut, da brennt die Tarnung zu durchschlagen. Aber immerhin, das war gar nicht so verkehrt. Stell dich mal bitte da hin. Danke. Aivu. Ja, der steht gar nicht wieder auf. Zahler hat auch ein bisschen was abbekommen. Er auch. Ja, Jots könnte gleich wieder Greybor umhauen. Da müssen wir ihn wieder beleben. Das gelingt uns hoffentlich. Äh, das war Aivu. Danke. Schattenfang. Mal da hin. Ach, es geht ja schlimm. Ach, schade. Ja, dann komm hier. Ach, jetzt kommt die Eins. Ab nur zwei treffen wir. Aber wenn sie aufsteht, hat Schattenfang einen Gelegenheitsangriff. Der auch daneben geht. Oh, toll. Aber die hauen auch daneben. So, und der Kuri ist wieder dran. Dreimal auf diesen Vogel drauf gehauen, oder haben wir noch was in der Trickkiste? Schirokko. Schirokko hätte uns auch gut helfen können. Stell ich gerade fest. Schutz der Natur. Liebes Stahl. Mächtiges Magie bannen. Könnten wir versuchen. Regenbogensternenfall. Eine Kreatur in größerer Entfernung. Tja. Gemeinschaftliche Steinhaut wäre auch nicht schlecht. Haben aber nur Schadensreduktion 10 Adamant. Was ist denn dessen Problem am ehesten? Er ist anfällig gegen Wuchtschaden gerade. Okay. Er ist anfällig gegen Wuchtschaden. Durch die Welle. Na guck ich mal durch, ob wir irgendwie Wuchtschaden anrichten können. Hier habe ich was Schönes gefunden. Wasserfall. Der Azata erzeugt einen Wasserfall, der einer betroffenen Kreatur für jeweils vier Zauberstufen des Azatas 1d10-Punkte Wuchtschaden zufügt. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wäre doch was. Ah ja. Ja. Das hier war das... Wir haben irgend so ein Perk, dass wir dann so Sachen doppelt machen auf noch irgendeinen anderen. Und das war jetzt gar nicht mehr in meiner Kalkulation mit drin. Das hier war aber wichtig und richtig. Das hat Jotz 42 Schaden eingebrockt. Sehr schön. Sehr gut. Gefällt mir. Nur Kuri geht soweit gut. Und Jotz darf das gerne ändern. Das war nicht so gemeint. Meine Güte. Das war jetzt echt nicht so gemeint. Aber noch nicht aller Tage Abend. Wir haben noch hier Heilung. So, dann gucken wir jetzt wieder gut. Hat er doch gerade echt gelitten. Na, so ein Schurk ist halt auch echt was Böses. Damit ist aber auch Aibus die Runde schon weg. Schattenfang denkt sich, vielleicht sollten wir mal ein bisschen was machen. Fünfmal. Also, wir haben ja gerade das Problem gehabt, dass wir hinterhältigen Angriffe durch diesen Zangenbonus hatten. Das ist das Problem. Die hier muss dringend weg. So, keine Zangenangegriffe mehr, danke. So, Greyboar kann hier sich rächen. Er trifft aber nicht wirklich gut. Aber jetzt wird die nächste Runde nicht überleben, wenn nicht irgendwas Besonderes passiert. Trotzdem würde ich dich jetzt mal ein bisschen wegziehen hier. Vielleicht dahin. Weil du ja auch überleben musst, wie wir gelernt haben. die Sukubunte kann, glaube ich, nicht viel machen, aber natürlich ein neues Theater hier mit Zangenbonus. Ja, nur Kori muss aufstehen. Also, nur Kori, kannst du überhaupt irgendwas machen oder was ist das Problem? Ja. Da gibt es natürlich den nächsten hinterhältigen Angriff. klar. Hm. Da müssen wir erst mal eine Selbstheilung machen. Ich suche mal die Beste raus. Mal gucken, was wir da so haben. Ja, was richtig gut ist, hat Nukori nicht als Heilung. Wir können aber mal die inspirierende Erholung benutzen auf sie selber. Das bringt immerhin ein kleines bisschen was. Und wir sind nicht in einem, nicht in einer Nahkampfbindung. kann man einen Schritt zur Seite gehen. Aber er kommt natürlich hinterher. Aber kriegt nicht die Vollzahl seiner Attacken hin, weil warum eigentlich nicht? Weil die Sturzflut ihn immer noch verlangsamt. Genau, das ist das Problem. Richtig. Dadurch kann er nicht so, wenn er ein bisschen sich bewegen muss, kann er nicht so angreifen. Das ist das Problem. Deswegen nur ein Angriff für ihn und das gibt Aibu die Chance. Aber lassen wir doch erst mal vielleicht Schatten fangen. Schatten fangen. Fünfmal auf J's. Komm. Nur zwei Treffer leider. Ist aber echt wenig. Schade. dann lassen wir Greyboard doch hier einmal draufhauen. Ja, sehr gut. Zack, zack. Einmal hüben, einmal drüben. Geht doch in dem Kampf gleich schon viel besser. Und Hortzhala hat jetzt keine Chance mehr, denn hier gibt es jetzt eine schöne Heilung. Auf ne Kori und dann ist alles wieder gut. Schrecksekunde überstanden. was? Massenpersonen festhalten. Das läuft nicht, weil wir immer noch dieses hier haben untrennbares Band. Da ist man gegen solche Geschichten, solche Zwang-Effekte immun. Sehr gut. Ja. Man darf die Watschenmize mal anfangen, so ein bisschen das Feld zu bestellen. Dann kommt Greybor dazu, wegen eines schönen Zangenbonus mit der Watschenmize. Immerhin. Aivu kann auch mal hier Oh, das war ein Böser. Da war Aivu hat gekrittet, deswegen durfte Greybor einen Gelegenheitsangriff machen, das war dann Hinterhältiger. Irgendwie sowas ist gerade passiert. Horzala ist besiegt, jawohl, aber sie lebt offenbar, sie hat einen roten Kreis. Horzala krümmt sich schmerzerfüllt, sie schlägt wütend mit ihrer Faust auf den Boden. So sollte es nicht ausgehen. Warum? Warum seid ihr so verdammt stark für eine Sterbliche? Also Horzala ehrlich, das muss sich doch mittlerweile herumgesprochen haben, dass Nokori keine normale Sterbliche ist von ihren Kräften her. Wieso warst du denn so sicher, dass du so viel besser performst als alle vor dir? War dein Ego so groß? Was hast du jetzt davon? Wir wissen, warum Nokori so stark ist. Sie weiß es nicht, wir werden es ja nicht erzählen. Und du, du zu kurz geratener niederträchtiger Wurm, du hast alles ruiniert. Greybur grinst unter seinem Bart. Warum sagt ihr so etwas furchtbares vor Zala? Wisst ihr nicht, dass Worte tiefer als jede Klinge schneiden aber nicht bei Greyburne. Ja, Horzala hat sich als Gefahr entpuppt und hat ja angekündigt, dass sie die Mächte des Abyss konsolidieren und dann wieder gegen die Kreuzfahrer vorgehen möchte. Insofern macht nur Kuro hier kurzen Prozess. Ihr hättet nicht nach meinem Leben trachten sollen. Oder können wir vorher noch mit Greyburne? Hm. Unser Plan hat funktioniert, Greyburne. Greyburne beginnt sich eine Pfeife zu stopfen. Er blickt emotionslos auf die Leichen, die ihn umgeben. Natürlich hat er das Kommandantin. Horzala dachte, sie könne mich dazu überreden, euch zu verraten. Ach. Doch sie hat wohl nicht daran gedacht, dass sie selbst Opfer eines Verrats werden könnte. Wie bitte? Okay. Horzala hört bitte nicht mehr zu. Eine Waffe mit Tochter weniger im Spiel. Horzala krümmt sich auf den Boden und schreit hysterisch. Ich hasse euch. Oh, wie sehr ich euch alle hasse. Das ist ein Problem Horzala. Du hast nur Hass im Herzen. Und Greyburr. Ich denke, wir sind hier fertig. Wir sollten unseren Sieg eine dieser kommenden Nächte in einer Taverne feiern. Die Getränke gehen auf mich. Und wir müssen mit Greyburr reden. Okay. Aber vorher wird gelootet. Die Lieblingsbeschäftigung eines Rollenspiel- Let's Players. So, bist du denn? korrig. Ja, ja, dir geht mal alles vor seid ihr. Das ist alles unübersichtlich. So. Das war ein Assassiner. Gar nichts dabei, oder wie? Ach, hier ist das alles, ja. Also, Jotz hat dabei, was ist das? Ja, das sind irgendwelche Ja, komm, nimm halt alles. Ja, wir haben Dera nicht dabei. Der hat das immer identifiziert. Wir haben keine Ahnung, was das für Zeug ist. Ach, wenn man einmal den Göttergatten braucht. Echt, ey. Aber das war es ja alles. Irgendwelche Schriftstücke waren ja nicht dabei. Es war ja alles hier so Dolch, Gedöns, Ring. Da ist jetzt bestimmt nichts Besonderes dabei. Das ist alles so Kram, den wir wahrscheinlich gleich verkaufen können. Aber leider wissen wir gerade nicht, was es ist. Das wird sich ändern, sobald Dera in der Gruppe ist. Schauen wir noch kurz hier durch die Gegend. Da ist schon wieder die Windrose. Da geht es also nicht weiter. Da oben. Ich würde aber behaupten, dass hier nichts versteckt ist. Wir sind noch überall lang gelaufen. Ja, komm. Weg hier, zurück nach Dretzen. Auch in dieser Episode ein kurzes Dankeschön all denjenigen, die die letzte Episode von Pathfinder of Wrath of the Righteous bei mir gesehen, geliked und meinen Kanal abonniert haben. Vielen Dank. Ja, per PEDES, weil wir ja auch ein bisschen Zeit vergehen lassen wollen, weil ich würde gerne noch mal eine Nachtruhe einlegen und dann mal gucken, ob der Kreuzzug noch irgendwas sagt. Aber erst mal betreten wir Dretzen und wir können gleich zur Taverne zum halben Maß gehen, um mit mit Greyboard zu sprechen. Das machen wir auch. Machen wir das? Ne, ich mach was anderes. Denn wir handeln jetzt kurz diesen Loot ab. und das machen wir, indem wir einfach zum Tor gehen. Deswegen habe ich das Gefängnis gewählt, was nicht so weit weg ist. Oh, wie ist das mit Dretzen noch mal gewesen? Eieieiei. Da müsste das Tor sein. Genau da unten. Jetzt gehen wir nämlich einmal kurz im Reigen der Stamm Gruppe. Du bist nicht dabei. Land ist dabei, Voljiv, Däran, Sosiel. Wenn der mal noch mit. Der vierte Platz ist ja immer recht vakant. Aquabro nicht. Nehmen wir Ember mit. So. So. Wenn wir jetzt einfach mal diese Karte betreten, dann müssten wir ja eigentlich jetzt wissen, was das für Zeug ist, oder? Ja. Datum vom Neuesten zum Ältesten. Okay. Haben wir irgendwelche, ach, wieso haben wir denn für so viel Zeug dabei? Es gibt's doch gar nicht. Also. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, was wir gerade gefunden haben. Dieser müsste mal dabei. Doch, hier, guck mal. Der hat alles identifiziert jetzt durch seine Gruppenzugehörigkeit. Beschlagesleder plus vier, Brustplatte plus vier, Lederrüstung plus zwei. Das ist alles völliger Mumpitz. Das hier ist dann, also, wir sortieren gerade vom Neuesten zum Ältesten. Das heißt, was links oben ist, ist das, was wir gerade gefunden haben. Wer auch immer einen Krumsäbel dabei gehabt haben soll, wer weiß. Schwerer Scheitern plus fünf. Feuer Zauber Flechter, das ist wohl neu. Glaube ich. Ein plus fünf Kampfstab des Flammen Infernos. Im Kampfstäben arbeitet keiner. Das sind wahrscheinlich die Dolche von Kollegen Jotts und der Rest ist dann nicht mehr relevant. Hier wird es noch ein bisschen interessant. Wir haben noch einen Rest des Sätze machen plus fünf. Amulett natürlich plus fünf. Mächtige Fäuste, geistige Perfektion. Ja, das ist alles Zeug, wie wir es schon kennen. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Dokumente haben wir ja nicht gefunden. Ja, das hier ist unser Fund, so bis hierhin glaube ich. Vier Dolche, dieser Stab ist das Einzige, was ich für erwähnenswert halte. Der Rest sind Sachen, die sind schön, aber die brauchen wir jetzt hier im Late Endgame nicht mehr. Das heißt, wir können zurück und auch gleich wieder dahin betreten und jetzt direkt zum Kollegen Greyboar. So, Greyboar, der saß ja eigentlich immer hier rechts hinten in der Ecke, oder? Ja. Hi. Greyboar ist gut drauf, er begrüßt dich lautstark und raucht wie immer seine Pfeife. Ist das etwa die Kommandantin, die furchtlose das Versteck von Assassinen spazierte, Chaos und Zerstörung verursachte und höchst persönlich jeden einzelnen Meuchler meuchelte? Aber ja, das scheint sie zu sein. Das Bier geht heute auf mich, wie versprochen. Er hat ja was erzählt von wegen, dass er gefragt wurde, sie zu verraten. Wart ihr jemals versucht, mich zu verraten? Oh, was? Vielleicht ein bisschen, vielleicht. Aber ich verrate die Terme meiner Kontraste. Justiz, Willäne, Loyalty, Treacherie, all these words carry no meaning for me anymore, but my reputation. For that, I will put my life on the line. Aha. Also, Nukuri sitzt hier auch, ein bisschen unbequem mit diesen Flügeln, aber es geht schon. Greybur grinst. Nun, vielleicht ein wenig, ja, aber ich halte mich immer an meine Verträge. Gerechtigkeit, Bosheit, Loyalität, Verrat. All diese Worte bedeuten mir nichts mehr, aber mein Ruf. Dafür würde ich mein Leben geben. Ja, das, also, sein Ruf nach dem Motto, er hat ja noch einen bestehenden Vertrag mit Nukuri. Ne? Ich weiß nicht mehr genau, wann der Vertrag eigentlich endet, aber der endet, glaube ich, erst, wenn wir ja wirklich durch sind mit der ganzen Kreuzzugs-Geschichte und das sind wir ja noch nicht. also hätte er sich ja gegen seinen Auftraggeber eines laufenden Auftrags wenden müssen. Das wäre natürlich rufschädigend gewesen. Wer will denn so einen dann noch engagieren? Ne? Deswegen, Nukuri ist ja auch, ja, chaotisch ist jetzt schon auch sehr geworden, aber ein bisschen Rechtschaffenheit ist ja noch übrig, deswegen kann sie durchaus in die Richtung argumentieren. Ihr habt bewiesen, dass ihr immer Wort haltet. Euer Ruf ist wohlverdient. Ich möchte darauf nicht antworten. Greyboar bläst mit geschmeichelter Miene eine riesige Wolke Tabakrauch aus. Hattet ihr etwa eure Zweifel über mich, Kommandantin? Also, es wäre schon ein verdammt ausgebuffter Hinterhalt gewesen, diesen Assassinen im Schlafzimmer erstmal nur den Lockvogel sein zu lassen und dann, wenn er sich bei dem, äh, bei der Geschichte da in der trockenen Senke, oder wie das hieß, trockene Kreuzung, äh, wenn er sich dort auf die Seite der Angreifer geschlagen hätte, dann wäre das nochmal gar nicht so schön gewesen. Er hätte es zwar auch irgendwie geschafft, dann hätte ich vielleicht ein oder zwei Versuche gebraucht, weil je nachdem, wann Greyboar dran ist und wie er dran ist und wenn der mit dem anderen Assassinen gemeinsam, ähm, jemanden in die Zange nimmt und sie dann jeweils fünf, sechs Mal angreifen können, ja, dann ist das halt nicht mehr so lustig, weil dann der eine dann, äh, kritisch trifft, dann kann der andere auch nochmal zuhauen und dann ist er wieder ein Hinterhaltiger, das ist schon übel. Also, Nokori schenkt ihm ein Lächeln als Antwort auf seine Frage. Muss ich mit weiteren Anschlägen auf mein Leben rechnen? Baphomet wird natürlich nicht da stoppen, aber er hat keine Weapons wie Horzalas Assassin's Guild Danke, dass ihr mir gegenüber loyal geblieben seid. Es geht nicht um Loyalität, es ist nur Business und Es geht nicht um Loyalität, sondern um das Geschäftliche und der Zwerg unterbricht sich plötzlich und schweigt dann eine Weile lang. Gedanken verloren zieht er an seiner Pfeife. Endlich spricht er weiter. Aber vielleicht habt ihr recht damit. Ich kann euch gut leiden, Nokori. Das sage ich nur selten zu Leuten und noch viel weniger zu meinen Auftraggebern. Aber es stimmt nun mal. Ich reise gerne mit euch und würde es bedauern, wenn ihr sterben würdet. Offenbar haben unsere gemeinsamen Abenteuer mich völlig sentimental gemacht. Habt ihr jemals in Erwägung gezogen, nicht mehr als Assassine zu arbeiten? Vielleicht habe ich und vielleicht habe ich Habt ihr ever gemerkt, wie ich all meine Verwägungen liebte Träume wünsche? Es ist eine handige Fragsphrase, die ich seit vielen Jahren benutze. Ein Verrücker zu jemandem, jetzt schweigen. Der Tonfall des Zwergs ist unverbindlich. Vielleicht habe ich das, vielleicht auch nicht. Ist euch schon mal aufgefallen, dass ich allen meinen Opfern süße Träume wünsche? Eine praktische Phrase, die ich seit vielen Jahren benutze. Ein Lebewohl an denjenigen, den ich gerade abmurkse. In letzter Zeit denke ich oft darüber nach. Wünsche ich mir vielleicht selbst süße Träume, weil ich mich vor jedem Kampf auf die ewige Ruhe einstelle? Ich weiß es nicht. Vielleicht werde ich einfach nur alt. Und überhaupt ist das Glück nicht mit denen, die sich ständig um das Morgen sorgen, anstatt im Heute zu leben. Im Moment folge ich euch und bekämpfe die Weltenwunde. Was danach kommt, werden wir sehen. Ja, das mit seiner Tochter, ich weiß nicht. Das hatten wir schon so oft thematisiert. Vielleicht versuchen wir das mal mit dem hier. Ihr könntet mehr sein als nur ein Auftragsmörder. Der Zwerg lächelt müde und traurig. Ich weiß nicht. Vielleicht könnte ich mein Leben auch etwas Wichtigerem widmen, als die Drecksarbeit für reiche Leute zu machen. Er droht dir grinsend mit dem Finger. Ich wusste doch, dass man nicht zu viel mit Kreuzfahrern reden sollte. Euer Idealismus ist ansteckend. Ja? Gut, jetzt können wir nochmal auf seine Tochter anspielen. Ja, deine Tochter. Ja, meine kleine Mora. Wollt ihr, dass sie mich wieder sehen würde, nach all diesen Jahren? Was würde sie denken, wenn ich ihr gesagt habe, wie ich mein Brot all diese Zeit habe? Dass ich sie diese Art verabschiedet habe? Ich bin Angst, die Antworten zu hören. Ich hoffe, dass sie mich verabschieden wird, wenn ich die Chance sie wieder sehen kann. Lange sagt Greyborn nichts, dann runzelt er die Stirn. Ja, meine kleine Mora. Meint ihr, sie würde mich nach all den Jahren wiedersehen wollen? Was würde sie von mir halten, wenn ich ihr erzähle, wie ich mein Leben lang meine Brötchen verdient habe? Dass ich sie zurückgelassen habe, um dieser Arbeit nachzugehen? Ich fürchte mich vor den Antworten. Ich hoffe nur, dass sie mir verzeihen kann, falls wir uns jemals wieder sehen sollten. Also, dass er jetzt zum Kreuzfahrer wird, das würde Nukuri jetzt nicht sagen. Warum denn? Ihr seid fürs Töten gemacht, das würde sie auch nicht sagen. Option 3 vielleicht. Wenn wir den Krieg gewonnen haben, solltet ihr euch zur Ruhe setzen und eure Familie aufsuchen. Oder chaotisch, ihr müsst diese Entscheidung sagen. Option 3 Wenn wir den Krieg gewonnen haben, solltet ihr euch zur Ruhe setzen und eure Familie aufsuchen. Vielleicht bist du richtig. Jeder Weg kommt zum Ende. Und ich habe diesen Weg schon lange gedreht. Okay. Lass uns noch ein Gehen zu einem indomitablen Eval. Und dann gehe ich in Reitim. Vielleicht habt ihr recht. Jeder Pfad findet früher oder später ein Ende. Und auf diesem Weg bin ich schon sehr lange. Von mir aus stellen wir uns ein letztes Mal irgendeinem unbezwingbaren Übel. Und dann werde ich mich zur Ruhe setzen. Grey Boar schmunzelt. Doch in seinem großspurigen gespielt tapferen Ton schwingt auch Traurigkeit mit. Ihr solltet wissen, dass ich viel von euch halte. Grey Boars Augen verengen sich zu schlitzen und er lächelt leicht. Das gilt auch für euch, nur Cory. Ich habe es nie bereut, mich mit euch eingelassen zu haben. Auch wenn die ganze Sache manchmal zum Scheitern verdammt schien. Ich bin froh, dass wir über all das gesprochen haben. Wisst ihr was, Kommandantin? Greyboe verstummt und starrt auf den Boden. Dann hebt er den Kopf wieder und sieht dich ernst an. Wisst ihr, Nokuri? Ich dachte immer, ich wäre von Natur aus ein Einzelgänger. Ich mag andere Leute nicht. Die sind mir völlig egal. Ich bin ihnen völlig egal. Und so war es schon immer, bis ich euch getroffen habe. Aber ihr seid die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Ein Söldner sollte keinerlei persönliche Zuneigung zu einem Auftraggeber empfinden. Aber genau das tue ich. Ganz gleich, was uns noch bevorsteht. Ich werde nie bereuen, dass ich mit euch auf Drachenjagd gegangen bin. Greybours Gesicht ist knallrot. Er streicht seinen Bart glatt, zieht gemächlich an seiner Pfeife und atmet dann mit einem Säufzer eine dichte Rauchwolke aus. Endlich findet er seine Beherrschung wieder und fährt in einem ruhigeren Tonfall fort. Erstaunt es euch, solche Worte von einem Assassinen zu hören, Kommandantin? Ja, durchaus. Aber wir haben jetzt ja nichts, was wir da noch sinnvoll darauf antworten können, deswegen schweigen im weitesten Sinne. Dann kann diese Geschichte einfach zu einer schönen Erinnerung daran werden, wie wir dem Tod von der Schippe gesprungen sind. Keine Ahnung, ob man ihn jetzt auch romancen könnte, also eine Liebesbeziehung mit ihm anfangen könnte. Das wäre aber arg spät im Spiel, ja, mal ehrlich. Wir haben doch jetzt nach meinem Kenntnisstand noch die Schwellenfestung vor uns und dann No. No. Hm. So. Gibt's noch irgendwas zu sagen, wenn wir schon mal hier sind? Ne, den Vertrag geben wir natürlich nicht auf. Habt ihr euch schon entschieden, was ihr nach unserem Sieg tun werdet? Ich werde wieder unterwegs sein, doch diesmal werde ich nicht in unbekannte Reiche aufbrechen, sondern an einen Ort zurückkehren, der einst mein Zuhause war. Ich hoffe, Mora wird mir dafür vergeben, dass ich sie so lange alleine gelassen habe. Ja, okay, 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 gut. Ja, das war's. Die Episode ist, ach, meine Güte, ja, es ist sehr lang, wie üblich. Aber wir haben jetzt keine Quests mehr, nur noch die letzten Schritte. Allerdings, wird der Kuri hier nochmal einmal rasten in Dretzen. Wir werden uns vor und nach der Raste den Kreuzzug nochmal anschauen und wer weiß, ob nicht noch irgendeine Quest irgendwo herkommt, das wäre eigentlich das erste Mal. In der Zwischenzeit zwischen den Episoden werde ich jetzt ein bisschen Kram verkaufen und dann geht's mit einem innernden Auge in den Kreuzzug weiter, gleich am Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin!